Ich sage schon mal Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Live Talk. Ich kann gerade hier gucken, ob es funktioniert. Ja, da bin ich doch. Bin ich doch. Aber irgendwie etwas verpixelt heute, habe ich so das Gefühl. Mal gucken, wie dann der Ton ist. So, mal gucken. Ah, doch, der Ton ist da. Sehr schön. Mal gucken, wer dann heute alles vorbeischaut. Wer alles reinkommt, welche Fragen kommen. Und bevor ich mich jetzt die ganze Zeit hier doppelt höre. Jetzt schon wieder den Kopfhörer, ja. Ich wollte nur halt wissen, wie es aussieht mit der Tonqualität. Warum ich jetzt so, ja, der Kopf so verpixelt ist, sehe ich gerade auch nicht. Woran das denn jetzt liegt, alles andere ist klar. Aber mein Kopf ist irgendwie so, ja. Ganz komisch. Ja, ganz komisch. Ja, Live Talk. Wie gesagt, immer donnerstags um 15 Uhr. Nur auf Twitch. Jetzt habe ich dann auch diese Woche, ja, keine Werbung dafür gemacht, weil es ja auch keine Folgen dafür, ne. Also auf YouTube gab es keine Let's Play Folgen. Also von daher, ja, muss ich mich nochmal entschuldigen, auch dafür, ne, dass ich, ja, die Livestreams, die ich angekündigt hatte, nicht gemacht habe. Aber zur Zeit habe ich etwas private Probleme, die mich im Moment etwas daran hindern, hier auf YouTube oder auf Twitch live zu streamen. Sag mal, tagsüber geht das. Aber halb im Moment nicht in den Abend- und Nachtstunden. Also von daher, ich arbeite an einer Lösung. Ich hoffe, ich finde bald eine. Und dann habe ich halt noch etwas zusätzlich jetzt angenommen, dass ich habe vormittags dann noch einen, ja, Pflegehund hier habe, um den ich mich ein bisschen kümmern muss. Er ist noch sehr jung und wenn dann die Hunde hier spielen, dann kann ich also auch schlecht aufnehmen, weil das würde dann doch ein bisschen stören. Also von daher, ja, seht es mir bitte nach. Sobald ich, ja, neue Lösung gefunden habe, dann werde ich euch das mitteilen und dann werdet ihr auch sehen, dann wird es wieder ganz normal laufen, wie vorher auch. Ja, ein kleines Update. Ich hatte letzte Woche, ja genau, letzte Woche nach dem Live-Talk hatte ich angefangen, das Tutorial aufzunehmen für die Tiere im Seasons-Bereich, und zwar speziell die Kühe. Hatte auch, glaube ich, zwei Tage mittlerweile schon aufgenommen und dann ist mir der Spielstand um die Ohren, bevor ich ihn beendet habe. Dann musste ich das Spiel also abrupt beenden und da war es dann halt so, dass ich nur sagen kann, dann war auf einmal Ende. Dann ging nichts mehr. Dann musste ich den Landwirtschaftssimulator komplett neu einstellen, dann funktioniert das mit der Grafikeinstellung nicht. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Auch jetzt Garno, ich habe gerade mal wieder zwei Folgen aufgenommen, weil ich heute auch mal wieder Zeit hatte, Folgen aufzunehmen. Am Montagnachmittag war ich beim Arzt, eine ganz lustige Geschichte ist mir da passiert, bin reingegangen, hallo gesagt, habe eine Karte abgegeben, war ja ein neues Quartal. Und hatte freitags noch ein Rezept bestellt, das haben sie mir dann auch gegeben und dann dachten die, ich wäre fertig. Alles klar, der Ende ist ja gut. Und ich hatte aber noch gesagt, dass ich noch zum Arzt rein muss und das hatten die aber anscheinend nicht gehört und ich aß da und die Leute gingen und kamen und gingen und kamen in den Wartezimmer. Irgendwann saß ich ganz alleine in den Wartezimmer und ich denke, irgendwas stimmt aber wieder nicht. Ja, und dann kam eine neue Person, ging auch wieder raus. Da hatte ich dann mal aufgestanden und habe gesagt, okay, jetzt musst du doch mal nachfragen, ob sie dich vergessen haben. Ja, und so war es in der Tat auch, dass die Leute mich dann dort vergessen hatten oder das nicht mitbekommen hatten, dass ich gesagt hatte, ich muss noch zum Arzt rein. Ja, bis ich dann wieder zu Hause war. Insgesamt hat das dann drei Stunden gedauert und damit war der Name da auch weg, wo ich dann wieder zu Hause war. Und dann konnte ich dann auch nicht mehr. Dienstag, der war irgendwie so ein toter Tag für mich. Da war ich irgendwie total kaputt, total gerädert, ich weiß nicht, woran es lag. Ja, gestern war ich ja mal wieder unterwegs, hatte ich auch einen Termin, konnte ich auch nicht aufnehmen. Und heute ist dann so der erste Tag, wo es mir auch wieder ganz gut geht, ich mich auch wieder fit fühle. Und jetzt dann hier zum Live-Talk, den habe ich nicht vergessen, dass der Donnerstag ist, 15 Uhr. Nächste Woche Donnerstag wird es auch noch einen Live-Talk geben und dann ist es aber so, dass ich danach die Woche Donnerstag einen Termin habe. Den habe ich gestern ausgemacht, habe das total vergessen, dass Donnerstag um 15 Uhr der Live-Talk ist, weil ich das noch nicht so lange halb mache. Letzter Woche das erste Mal ist jetzt hier, heute ist das zweite Mal. Also von daher, ja, ist das halt so. Hoffe ich, dass sich meinen Hund da draußen beruhigt, der hier bei mir ist, der hat sich schon beruhigt. Ich trinke jetzt zweitmal einen Schluck Kaffee. Ich gucke ab und zu auch mal hier in den Chat. Ich sehe mich ja hier selber, ich spüre das Fenster auf, daher sehe ich das was, oder zumindest, ne. So, darf ich dir mal sagen, wollte ich mal eben was gucken, ob es dann etwas Neues von Curseplay gibt. Ah, das war schon mal wieder die falsche Seite. Das war die falsche Seite, weil ich spiele manchmal mit der Version 32, wie nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Seitdem hat sich aber einiges geändert. So, mit der Version 33, spiele ich mit der Version 37, ich weiß es gar nicht. Ich werde mal den Mod-Ordner nachgucken. Ich spiele mit der 35, okay. So, mittlerweile gibt es die Version 37. Hm, keine 36, steckt 37. Mal gucken, was sich denn hier geändert hat. Das war jetzt, glaube ich, nicht gerade so prägend, was ich hier gemacht habe. Ich glaube, das markiert, was sich geändert hat. Aber statt, ähm... Okay, was wir in der Version 37 geändert haben, ist also, was am Mähdrescher die Richtung der Entfaltungsanimation, um die Rohrlänge zu bestimmen. Da haben sie wohl dann gearbeitet. Das ist wohl dort behoben worden. Aber Autodrive, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann ich aber jetzt auch gerade nochmal gucken. Da gibt es, glaube ich, nichts Neues zu berichten. Mal gucken, wo habe ich denn hier? Discord, nochmal hier. Nein, da gibt es also noch keine neue Informationen zum Thema Autodrives. Denn mit der... Also es gibt noch keine neue Version von Autodrive. Also da gibt es nur eine Übersicht, was auf der nächsten FarmCon angezeigt wird. Also da bin ich mal gespannt, soll ja online sein. Da bin ich also mal auch sehr, sehr gespannt drauf, wie es da weitergeht. Ja, mit der Webseite bin ich auch noch nicht viel weiter gekommen. Mit der Map bin ich... Ja, komme ich langsam, wirklich sehr, sehr langsam voran. Hab gestern Abend ein bisschen was dran gemacht. Vormittag habe ich ein bisschen was dran gemacht. Aber da habe ich halt festgestellt, dass wenn man die Spline, wenn man die also platziert und verändert die Richtung, dann ist es so, dass im Endeffekt das Gelände schief angepasst wird. Es wird also nicht gerade dann gezogen. Also man muss die Spline, die Punkte verschieben, um dann sehr wahrscheinlich, dass es bei 0 Grad bleibt, damit das dann auch gerade hochgezogen wird. Also das ist das, was ich jetzt nebenher gucke ich mir noch ein Livestream an. Und da habe ich ja Zeit, da ein bisschen zu gucken, ein bisschen weiter zu machen an der Karte. Also von daher, ja, ist es einfach so und dass ich dort dann weitermachen werde. Damit, ja, die Auffahrten, wenn man dann mal was am Autodrive ändern möchte, dass dann ja nicht die Punkte mal verschwinden im Boden. Das ist noch so, was mich ein wenig ärgert. Jetzt bin ich gerade woanders dabei. Ich bin im Moment dabei, die Europa-Maus hier ein bisschen zu verändern. Dann machen wir die Kapazität ein bisschen zu klein. Das hat mich doch etwas gestört, weil wir haben ja noch vor, da größere Silos leer zu machen. Da würden wir, aber weiß ich nicht, wie wir Folgen dann verbrauchen. Wenn wir jedes Mal mit so einer kleinen Kapazität da arbeiten würden. Daher habe ich die jetzt mal geändert und dann hoffe ich gleich mal, dass ich das Spiel neu starte. Das ist dann funktioniert. Heute sehr ruhig hier im Livetalk. Ist jetzt noch kein neuer Zuschauer hier. Ja, das ist das halt, ne? Wenn man die Promotion nicht macht, dann, ja. Ich finde aber das Bild auch sehr dunkel. Also das muss ich mal sagen. Also ich stehe nicht von da noch. Bei mir sieht das anders aus. Also von daher, Logo. Also im Endeffekt ist der Hintergrund in den gleichen Farben, wie auch das Logo ist. Wenn ich das hier halb sehe. Bei mir. Also unten im Logo, was halt hier im Screen eingeblendet wird. Da ist das sehr dunkel. Wenn ich das Logo dann halb unterhalb der Webseite sehe, dann sehe ich halt auch. Das ist halt, ja, etwas, ähm, ja, hell. Das Blau. Also von daher verstehe ich nicht, warum halt im Stream das so dunkel angezeigt wird. Und bei mir hier auch im Monitor halt, äh, wie sicher. Ja, wie gesagt, zu der Webseite, ich weiß gar nicht, ähm, ob sie da mittlerweile eigentlich funktioniert. Ich habe sie ja gar nicht getestet. Da kann ich sie aufpassen. Das funktioniert schon. Ja, auch da muss ich halt gucken, wann ich das mache. Aber geplant war es ja eigentlich für den nächsten Monat, dass ich mir da die Zeit nehme, oder die Auszeit dafür nehme, um dann daran zu arbeiten. Ja, ich habe die Webcam ein bisschen umgestellt, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Man sieht mich jetzt etwas größer. Bin jetzt etwas näher an der Kamera dran. Sieht man noch mehr meine Falte. Oh, gut, 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 gut. Man kann das Alter nun mal halt nicht verschleiern. Manchmal ist das Alter ja was Positives. Ich bin immer ein Stück weiser, ruhiger, nachsichtiger, einsichtiger, ich weiß es nicht. Bei mir ist von allen ein bisschen der Fall. Ach, genau, was ich auch mal eben gucken könnte, wäre, ob da mittlerweile mal meine Mods auf der Farming Simulator Seite freigegeben worden sind. Könnte ich da mal eben nachgucken hier. So, wir gucken, Mods. Mal hier anmelden. Was ist das denn? Meine Mods wurden gelöscht. Warum das denn? Meine Life. Das ist aber mal. Das ist aber witzig. Verstehe ich also aber nicht. Ob ich überhaupt keine Mehldroh gekriegt, als sie die gelöscht haben. Das ist ja mal sehr witzig. Wollen wir da woanders gucken. So, Motos. Guck ich gerade mal hier. Neu, Shop. Ah, okay. Sind meine Mods noch da? Ah, sind sie noch da? Okay, da ist alles da. Gut. Gucken, was denn Neues gibt's. Lange nicht mehr geguckt. Und, ob es irgendwie eine Frage gibt, aber gibt's momentan nicht. Ein stationärer Woodship. Ich wollte da noch mal anders geguckt haben. Ich meinte, es gibt auch einen John Deere-DLC oder nicht. Oder vertue ich mich jetzt. Achso, ne. Das ist nur ein John Deere-Cutten-DLC. Ich sehe gerade, es gibt einen Holmer-DLC, was sogar kostenlos ist. Was geht gar nicht mehr da denn? Naja gut, das ist jetzt auch nicht so. Und dann sagen wir, wow, kann man hier ein Miststreuer oder was ich erzähle. Ne, das ist ein Überladewagen. Okay, das ist noch ein Überladewagen. Das sieht zumindest nicht mehr interessant aus. Vielleicht hätte ich denn sogar noch mal eine Mod-Vorstellung gemacht. Ja, gar nicht so groß. 128 MB. Am 25.06. Ende des letzten Monats habe ich ja gar nicht mehr die Brüche gemacht. Okay. Wir müssen das Ende sind die jetzt hier rausgekommen. Und drüben. Oh, steht nicht dran. Das war... Moment, das Ende sind doch schon lange draußen. Aber das Spiel ist preiswünslich geworden. Das kann auch immer alles gut sein. Ja, wir wollen mal gucken. Das ist jetzt sehr ruhig hier im Chat. Neues zur Autodrive kann ich mir das auch nicht berichten. Wie gesagt, ich habe heute das erste Mal wieder LS gespielt. Seit dem letzten Live-Talk. Und von daher... Ja... Dann hatte ich ja meine Problemchen da so... mit dem Landwirtschaftskimulator. Heute keine Fragen. Kein... Ja... Niemand ist da. Schade. Das letzte Woche habe ich auch gedacht, dass ich mir neue Lüfter bestellt hätte. Die Lüfter, die hier leider bei der Wasserkühlung dabei gewesen sind. Und ich finde sie ein wenig laut. Also man hört sie zwar eigentlich beim Mikrofon jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt sagen würde, das ist störend. Aber ich sage mal, es ist schon ein bisschen nervig, wenn man halt hier nebenher die ganze Zeit dieses... Brummen halt hat. Und ja, dann habe ich dann nachgeguckt, wie es dann aussieht, wo sie dann bleiben am Montag, Dienstag, weil ich hatte irgendwie Montagdienst im Kopf, dass sie kommen sollen. Und was soll ich euch sagen? Da war nix. Da waren die noch im Einkaufssagen. Da lagen sie gut. Ich wundere mich, warum das Ganze nicht funktioniert. Ja, nächste Woche wird dann auch die erste Folge vom Live Talk auf YouTube erscheinen. Für diejenigen, die halt ja nicht dabei waren, die können sich das Ganze dann auf YouTube angucken. Ja, heute war es halt nicht sehr informativ, nicht sehr... Nicht sehr aufregend. Sehr ruhig. Auch ich habe heute nicht viel erzählt, muss ich auch dazu sagen. Ich bin auch heute sehr ruhig, weil ich im Moment auch nicht unbedingt so viel zu erzählen habe. Weil es einfach mal so ist. Und dann ist ja noch die Frage mit dem Multiplayer-Projekt. Auch da arbeite ich noch dran. Auch da muss ich erst mal gucken, wie es überhaupt aussieht. Ich bin ja nicht so sicher, wann, wie, auf welcher Karte. Ich bin halt mal gespannt, wie denn jetzt so die Qualität ist. Auch, ja, weil es jetzt scheint, dass ja alles ganz gut zu funktionieren mit diesem neuen Setup, das ich hier gebaut habe. Ich bin selber auch sehr erstaunt, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Auch wenn da keiner geschrieben hat. Nein, da hat immer noch keiner geschrieben. Wie gesagt, heute sehr, sehr ruhig. Auto-Reparatur aller Fahrzeuge, Werkzeuge um 0 Uhr. In dieser Motto. Mögliches Automatische Reparatur aller Fahrzeuge, Motor-Werkszeuge und Mitternacht. Das ist doch schon mal wieder was für meine Papa-Idea. Ich würde mal sagen, ich setze den Link mal hier in den Chat. Ist doch mal nice. Auto-Reparatur immer um 0 Uhr. Wenn man sich nicht mehr darum zu kümmern hat, ist doch schon mal wieder eine erhebliche Erleichterung im Spiel. Ja, mal gucken. So, meine Freunde der gepflegten Landwirtschaft. Das war es heute wieder mit dem Live-Talk. Heute ein sehr ruhiger Live-Talk. Aber ich sage mal danke für all die, die reingeschaltet haben. Und ich würde mich freuen, wenn dann nächste Woche Donnerstag doch der ein oder andere Zuschauer mehr hier reinkommt und die eine oder andere Frage wieder stellen würde, so wie das letzte Woche der Fall gewesen ist. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Genau, ich bin raus und ciao. Bis zum nächsten Mal.